Moin Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Missionen Guides. Wir sind auch heute in Port Olisar und schauen hier gleich einmal rein, wie es mit den Missionen ausschaut, die wir hier zur Verfügung haben. Das haben wir quasi prinzipiell alles schon gemacht. Das ist alles Transportmissionen. Ja, das hier ist eine Mission, wo man zu einem Wrack hinfliegt, wo man das auch ist und dann soll man dort den Flight Recorder bergen und nach Port Olisar bringen. Ja, das Ganze ist ein Gebiet, in dem wir durchaus auch Feinde treffen können. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal diese Mission. Ja, ich würde sagen, einfach mal wieder die Cutlass. Vielleicht finden wir ja wieder etwas, was wir einpacken und mitnehmen können, wo wir noch ein bisschen Zusatz gewinnen. So, zusätzlich habe ich noch die Cold War Arms an. Falls dort eben halt irgendwelche Gegner auftauchen, die wir nebenbei so abschießen können, gibt es noch ein paar Zusatzkuyacken. So, die Mission selbst tracke ich. So, dann wollen wir uns mal... Na komm, ein paar Helm auf. Gucken, wie das aussieht. Ja, okay, das sollte reichen. Trinken und Essen haben wir noch zu Genüge. Der Gesundheitszustand unserer Spielfigur ist ausreichend. Cutlass Black sagt in Averro's Harbor und nehmen wir diese hier. Pad 2. So. So, mal eben schnell den Banner da rausgenommen aus dem Bild. Der muss ja die ganze Zeit an sein. Und jetzt geht es auf zur Cutlass. Helm haben wir auf. Mal prüfen. Jo. Ja, wäre blöd, wenn man hier rausgeht und nicht seinen Helm aufhört. Da steht ja Cutlass. Ich hatte gerade das Gefühl, hinter mir irgendwie Schritte gehört zu haben. Oh. Als erstes, wie immer, setze ich meine Waffen auf 1. Dann bei dem Schiff. Dann kann man das erkennen. Dann haben wir ja das Rampart. Das wollte ich auch gucken. Mal überklacken. So, 1, 2. Das sah wohl woanders sitzt. Das ist echt. Jetzt probiere ich mal. Jo, das bleibt dann an. Und wollen wir mal abheben. So. Unser Ziel hat sich da hinten auf Céline ist er also irgendwo abgestürzt. So. Vor bleiberem ist jetzt auf. VPR- Okay. VPR- VPR- Das scheint so das Dichteste zu sein. Ja, setzen wir da mal die Route hin. Wollen wir hoffen, dass weit auseinander ist. Und Sprung in die Zielregierung. Ja, wenn da gleich keiner rumfliegt, könnte es tatsächlich sein, dass wir am Boden irgendwelche Gegner rumlaufen haben. Alles gucken wir uns dann gleich erstmal Ruhe an. Erstmal fliegen wir da hinten hin. So, wie weit ist der weg? Das ist auch keine... Damit sind wir nicht näher dran, wenn wir den nehmen würden. Da fliegen wir dann so hin. Schwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. So. 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 Das sollte jetzt nicht passieren. Na, der da so von alleine Geschwindigkeit aufnimmt, aber den Caps Lock aus Versehen erwischt. Aber noch vor dem Aufschlagen gemerkt. Bis. So. Waffen gehen auch. So, dann schaue ich mir mal das Wrack einen Moment an von außen. Oh. Oh. So, dann schaue ich mir mal das Wracken. So, Fahrwerk mal raus. So. Ich stelle mal die Waffen aus und die Maschinen. Dann schaue ich mir meinen Flieger auf alle Fälle nicht ab. So. 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 Waffe mit Licht. So. 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 Geh mal hinten raus und steige dann hinten ein. Erstmal die Taschellampe ausmachen wieder. So und jetzt heißt es nach Port Olisar fliegen. Maschine an. Waffen auch wieder einschalten. So. So. Ja gut. Ah das ist wieder. Darauf klick klick. Einmal anschubsen. Komisch. Er würde jetzt gerne nach Port Olisar. Haben wir hier. Anklicken. Ich wollte schon sagen. Weil die Black Box liegt da hinten drin. Kleine Anzeige Fehler. So. Die Box sozusagen sehr weit weg war. Ja. 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 Erlaubnis. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen weiter rüber. Und hier nochmal eine Landeerlaubnis holen. Das Licht kann ich da auch mal ausstellen. Während er landet, kann ich schon mal reparieren und auftanken. So. Einmal draufstehen. Ja, ich würde mal sagen, dies könnte dann eine Rechtuhre zufolge werden. Jerry. Jo. Zugegangen. Da muss ja hier nicht ums Eil schweben. Weil man da auf der falschen Plattform runterkommen soll. Ganz zu früh. Weil da werden sie gewinnen. So, da möchte er ihn reinhaben. Postkasten. So. Race. Und dann kriegen wir gleich unser Geld. Haben wir nicht einmal irgendwelche Gegner gehabt. die Aktion für 9000 recht easy in guten 20 Minuten gemacht. Das wäre auch schneller gegangen. Aber da kann man nichts zu sagen. Das ist einfach schön, ruhig und easy. Ein bisschen Geld gemacht. Also. Die Mission schätze ich jetzt mal so ein. Starterschiff. Aurora. Da nimmt man das Paket vorne mit in die Kabine rein. und ist. Da ist die Mission mitzumachen. Tja. Keine Gegner. Leicht zu machen. Easy Mission. Also das war wirklich nichts weltbewegendes. Ja. Dann. Würde ich mal sagen. war es das für diese Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und. Wenn es gefallen hat, schaut die Tage wieder rein. Es wird mehr geben. Was weiß ich noch nicht. Lass mich dabei überraschen. Einfach so von dem, was bekommt. Entweder irgendwie was Pounty mäßiges. Oder. Bei den Missionen hier. Oder wenn der neue Patch reinkommt. Die Tage vielleicht noch. Einfach mal ein bisschen. Die neuen Missionen dort angucken. Was da so gekommen ist. Also. Dann wünsche ich euch noch einen schönen. Und sage mal. Bis dennne dann. Tschö. Bye. B pleasure. B melt. Cs. B拭. Vielen Dank.